Zu- und Vorname? Schuhmann, Evelyn. Sind Sie allein gekommen? Nein, mit meinem Lebensgefährten. Adam! Der Wunsch, die DDR zu verlassen, besteht seit wann? Schon immer. Ich wollte weg. Er nicht? Ist nicht egal, wo man lebt? Er kam nach. Ich dachte, ich finde euch beim Packen. Ich glaube, er macht Urlaub nur, weil ich es will. Kann sich nicht losreißen. Wir hatten Streit. Kannst du mich mitnehmen? Ich habe aber kein Visum. Er hat sie unterwegs aufgegabelt und rübergeschleust. Und unsere Schildkröte auch. Was willst du da eigentlich im Westen? Du stellst Fragen. Sie fahren wohin? Zum Ballaton. Urlaub. Schönes Auto. Guck mir die Männer an und frag mich, warum gerade Adam. Ich glaube, ich kenne mit jedem zurecht, der halbwegs nett ist. Warum ausgerechnet Adam? Ziemlich wirre Geschichte, findest du dich auch? Das wäre eine Männer- und Frauengeschichte. Sonst nichts.